Manchester United hat ja schon vor ein paar Tagen so ein bisschen Interesse an Christian Pulisic bekundet, der ja bei Chelsea nie wirklich hundertprozentig überzeugen konnte. Deswegen wäre Chelsea dem Ganzen auch nicht abgeneigt. Aber nun kommt die absolute Überraschung, denn die englische Mailsport schreibt, dass Chelsea wohl Interesse an Harry Maguire von Manchester United bekundet haben soll. Des Weiteren möchten sie wohl, falls ein Deal mit Pulisic zustande kommt, dass er zu Manchester United geht, dass im Gegenzug Harry Maguire Richtung London zu Chelsea kommt. Über Ablöse-Details wird da jetzt nichts genannt, also ob sie da draufzahlen würden oder ob es ein reiner Tausch wäre. Aber mir geht es ja auch erstmal nur um das Interesse, dass das überhaupt besteht. Was würde das Ganze für United bedeuten, wenn man Harry Maguire loswerden könnte? Und ja, die offensichtliche Antwort, es wäre auf jeden Fall gut für United. Man wird einen Spieler los, der halt eigentlich überhaupt nicht ins Spielsystem passt. Weder unter Solskjaer noch unter Rangnick und erst recht nicht unter Den Haag jetzt aktuell. Außerdem ist er eigentlich größtenteils Unruhefaktor, jetzt nicht durch seine Person an sich, aber halt durch die Medien, wo er mehr oder weniger zum Meme der Fußballnation in England gemacht wird. Und so würde man auch der Kapitänsdiskussion bei United auf jeden Fall ein Ende verschaffen. Und man könnte jetzt auch einen wirklichen Neustart wagen, was ja so bis dato nicht wirklich möglich war, da der Kapitän immer noch der gleiche war, von dem eigentlich keiner der Fans und auch der Spieler wirklich überzeugt war. Grundsätzlich halte ich Maguire ja für gut, wenn er im richtigen System eingesetzt wird, wie eben zum Beispiel bei der Nationalmannschaft Englands, was daran liegt, dass man dort tief steht und kompakt verteidigen kann und er einen starken Sechser mit Declan Rice vor sich hat. So kann er dann auch seine größte Stärke zeigen, nämlich progressive Läufe mit dem Ball und dann aber einfache Pässe auf den Außenverteidiger oder ins Mittelfeld. Allerdings passt dies halt weder zu United noch zum aktuellen Chelsea. Zur Anfangsphase unter Tuchel hätte es vielleicht gepasst, da stand man ja relativ tief und hatte den Fokus erstmal nur auf der Defensive, aber mittlerweile steht man da sehr hoch mit viel Beibesitz und da sieht Maguire halt einfach sehr schlecht aus, immer wenn er mit viel Raum im Rücken den Gegner verteidigen muss, sei es jetzt im 1 gegen 1 oder dann durch Laufduelle nach Steilpässen in die Tiefe. Daher frage ich mich schon so ein bisschen, wer denn bitte bei Chelsea Interesse an ihm haben soll. Tuchel kann ich mir in keiner Welt vorstellen und wie das funktionieren soll, kann ich mir auch nicht vorstellen aus den genannten Gründen. Ebenso würde ihm halt auch der Druck von den englischen Medien gar nicht gut tun, wenn er jetzt zum nächsten Top-Club in England wechselt. So viel also zu dem Gerücht und ja, ich glaube da ist auch nicht viel dran. Falls doch, dann frage ich mich, wie das zustande kommt. Aber jetzt nochmal zu Maguire, denn falls es für Maguire jemals noch einen Perfect Fit geben sollte, was einen Verein angeht, wo er dann nochmal seine Karriere wiederbeleben könnte, dann wäre es glaube ich für mich ganz klar bei Atletico Madrid, da er dort weg von der englischen Presse wäre und mehr oder weniger in Ruhe dann seine Leistungen abrufen könnte, bei einem Team, das halt perfekt zu seiner Spielweise passen würde. Ja, das war es dann soweit zu diesem Gerücht. Was haltet ihr davon? Ist da was dran? Wo könntet ihr euch Harry Maguire vorstellen? Schreibt ganz gerne mal eure Meinung zu meiner Einschätzung in die Kommentare und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, haut rein und ciao!